Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Blende zu auf der Xbox Series X und das diesmal am Anfang der Woche, meine lieben Freunde da draußen. Ja, weil... Ja, warum eigentlich? Ich meine, ich hab's euch letzte Folge ja schon gesagt. Äh, heute gibt es nur... Warum betone ich eigentlich immer die Wörter heute so? Hahaha. Nein, heute gibt es mal kein Speed-Bild. Wir machen mal heute ein reines Live-Bild. Mal wieder mal so ein bisschen entspannter. Guck mal, der hat gerade mit dem Ball gespielt, ne? Ja, spiel mal mit dem Ball. Ja, fein. Und da springt der Meter weit nach oben. Ja, läuft bei dir. So. Ähm, nein, heute, wie gesagt, reines Live-Bild. Ganz entspannt. Wir werden heute das Gehege von der letzten Folge, was wir im Speed-Bild gemacht haben, finalisieren. Und mein Hintergrund ist einfach, warum mach ich das jetzt am Anfang der Woche? Ja, zum einen, weil ich gerade Zeit habe. Ich hab ja Blade 2 beendet. Übrigens, sehr feines Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, zum anderen, weil ich die Hoffnung habe, dass die Woche... Ich bin der Meinung, das war mir so. Also, mir war so, dass die Woche noch ein DLC kommt. Und ich glaube, da kommen die Waschbären. Ich bin mir nicht sicher. Und wenn die dabei sind, dann würde ich die schon gerne noch drüben in unser Waldgebiet noch mit reinsetzen. Das heißt, da werden wir dann mal ganz kurz vor eine Folge, äh, den Afrika-Bereich hier verlassen. Oh, schade, jetzt geht die Sonne schon wieder so halb unter, ne? Sind gerade welche draußen? Da, da, da ist einer. Und der rennt direkt im Bau, ne? Ne, rennt da nicht. Sind vielleicht hier gerade mal welche? Jetzt hab ich ja auch noch nicht. Hallo? Dieser Sprenkler ist so laut, ne? Das ist immer wieder der Wahnsinn. Oben ist auch gerade keiner drauf. Schade. Schade Schokolade. Mensch, ins Kinder. So. Aber hier, das wird doch schon mal, das wird doch schon mal genutzt. Sag mal her, wie sieht denn das jetzt hier aus? Oh, guck mal, ich finde das aber cool, ne? Dass man da jetzt die Leute so sieht. Das ist ja eigentlich lustig, wenn du hier stehst. Und dann so denkst dir, hä, warum sind denn die Leute im Gehege? Finde ich gut. Gefällt mir schon mal. Ey, sag mal. Was ist denn hier los? Haben wir eigentlich schon Leute zugeteilt für das Gehege? Doch, hatten wir, ne? Hatten wir. Doch, hatte ich. Aber anscheinend keine gut bezahlten Leute. Oh, der muss aus Klo. So, bleib ruhig, bleib ruhig. Das kommt hier bald in der nächsten Folge, übernächsten Folge. So. Aber ihr seht ja schon, hier haben wir noch ein bisschen was zu tun heute, ne? Wir müssen das finalisieren. Dann würde ich gerne vielleicht noch ein paar Pflänzchen halt hier und da in die Ritzen reinstecken. Das klingt jetzt perverser, als ich eigentlich wollte. Ähm. Also, damit Vegetation herrscht, ne? Nicht zu viel. Ich weiß, wir sind nicht im Waldgebiet, ne? Und dann hab ich überlegt. Ich hab überlegt. Ich weiß nicht, ob ich sie mache. Ob wir hier eine Besucherglocke irgendwo noch hinbekommen. Weil, ich hab gesehen, das gibt's. Ich hab die noch nie verwendet. Könnten wir mal ausprobieren, ne? Ja, und dann, wie gesagt, hier die Wege noch ein bisschen anpassen. Also, wir haben so ein bisschen was vor, ne? Jetzt wäre aber erstmal das Beste, wenn wir ein bisschen vorspulen. Weil. Ja, hier in Forschung läuft. Ne, weil Lichtverhältnisse. Und ich weiß, die Aufnahmen sind ja bei euch immer dunkler, als sie eigentlich sind. Hoffen wir mal, dass es hell wird. Mensch. Mensch, ein Scanner. Aber dann nutzen wir doch einfach mal die Zeit. So, und mein Plan war ja, wenn das DLC kommt. Und ich bin der Meinung, das war jetzt Ende des Monats. Dann wollte ich das Gehege hier so hinsetzen. Wisst ihr? Boah, ja, schön wie der Baum da. Ich will was zeigen. So. Das würde ich hier so hinsetzen. Und dann relativ hoch, ne? Also eher wieder so, ein Dreidimensional nach oben bauen, als wie einfach nur flach. Ne? Und dann sollte das eigentlich passen. Wie sieht's denn hier eigentlich mittlerweile aus? Boah, ich hatte ja echt das letzte Mal so eine richtig krasse, äh, Überfluchtration. Guck mal her, alles cool hier. Sind ja noch welche drinne? Ja, ne? Ja, ich hab halt ausgedünnt. Sind nur noch zwei drin. Aber das passt ja. Zwei Kinder. Ohne Mama. Sind getrennt. Hier ist aber auch alles cool. Ah, das find ich auch schön, ne? Also die machen wirklich auch Spaß anzugucken, ne? Gerade mit der Dusche und so. Und ich find das auch ein Gehege. Ähm, ich finde egal, wie die Sonne so gerade so drauf scheint, ne? Das hat, das hat was. Also das schau ich mir nach wie vor immer wieder gerne an. Also, ja. So, okay. Kommt, Leute. Jetzt nicht so lange fackeln. Wir machen mal Tempo wieder normal. Ein bisschen laufen lasse ich. Ich mach uns aber mal die, äh, das Kameralicht an. Falls es doch dunkler werden sollte, dann seht ihr das. Und der Toni hat, äh, ein bisschen, ein bisschen vorbereitet. Nur so ein bisschen, was wir jetzt auf jeden Fall erstmal zum Beispiel zum Platzieren nehmen können. Zum Beispiel diese Bank hier, die ich mir gedacht hab. Wir haben ja noch keine Bänke hier in dem Gebiet, Leute. Das müssen wir auch mal machen. Und da hab ich mir gedacht, guck mal. Die Richtung oder die Richtung. Ach, das ist schwer, ne? Die Richtung ist schon geiler, wenn du... Aber andererseits, du sitzt hier und dann stehen sowieso die Leute da vorne. Also wie du das machst, machst du das eigentlich falsch? Also wir könnten... Oder versetzt. Kriegen wir beide eigentlich rein? Ne, rein gar nicht, ne? Da hätte ich den Streifen dicker machen sollen. Aber wir probieren mal. Ich glaub, die Richtung gefällt mir trotzdem irgendwie besser. Wir probieren's mal. Wir machen's mal hier rein. Jetzt machen wir nochmal Copy and Paste. Ne, schade. Da war... Da war... Da war zu wenig. So, wir sind zwei Bänke. Guck mal hier. Oh. Na, das ist doch was. So, und jetzt können wir ja trotzdem hier noch schauen. Das ist dumm. Hier so ran ist auch halt blöd, ne? Und hier so... Da müssen wir mal gucken. Hier könnte man den Gang machen. Oh, da schauen wir gleich mal, ne? Da müssen wir... Da müssen wir gleich mal gucken. So. Aber, zum Beispiel hier, könnte man noch ganz lässig eine Bank davor stellen. Das ist... Würde ich fühlen. Geht auf jeden Fall klar. Dasselbe machen wir hier auch hier drüben. Jetzt fängt das wieder an zu regnen. Mann! Das ist so eine Frechheit. Kann ich einmal schönes Wetter hier haben. Ne! So. So, jetzt haben wir schon mal zwei drei Bänke. Jetzt haben die Leute was. Sollen sie sich nicht beschweren hier. So, weiter geht's. Da nehmen wir... Was war das? Wäre halt schön... Das ist ein Mülleimer. Ich habe beide... Achso, ja. Wollen wir eigentlich den Mülleimer da vorne genommen haben. Deswegen... Und ich finde den ja eigentlich auch ganz schau. Der passt halt so schön zur Bank, ne? Das ist halt die Frage. Wenn wir den halt... Zum Beispiel habe ich mir gedacht, wenn wir den nehmen für die roten Wege, ne? Und da ist er hier oben. Ist ja sowieso viel Platz. Und da könnten wir eigentlich... Ich sag mal zumindestens... Wah, Kamera. Kamera des Todes. Den zumindestens hier oben mal platzieren. Und einmal Copy. Dankeschön. Oh. Oh, habt ihr sie gehört? Ja, ja. Möchtest du auch ein Mülleimer haben? Ach, du bist ein Baby. Guck mal, das ist ein kleines Baby. Ja. Das sieht da aber knuffig aus. So. Okay, weiter geht's. Jetzt wirklich... Ich dachte, ich muss mir echt abgewöhnen, dass ich mich nicht so lange da festbeiße. Aber es ist halt ein Zoospiel, liebe Freunde. Wir müssen ja auch mal die Tiere angucken. Ah, hier, die fühle ich hier irgendwie nicht, ne? Hier dazwischen wäre cool. Dann machen wir hinten den Stein zu. Müssen wir sowieso noch. Ah, ja, weißt du was? Den packe ich da rein. Why not? Warum denn nicht? Wird uns ja keiner hassen dafür. Höchstens ihr mich, aber... Nein, bloß nicht. So. Dann... Das zieht sich jetzt aber auch langsam zu, das Wetter hier. Alter, Falter, ey. Hä? Die ist frei platzierbar? War die Erforschung frei platzierbar? War das nicht immer eine, die sich immer voll am Weg ausrichten musste? Ja, okay. Hier müssen wir sowieso noch was hinmachen. Na, von daher... Würde ich die jetzt erstmal da hinstellen. Dann... Wir könnten sie hier dazwischen machen, oder? Nimm mir einmal. Ich glaube aber, ich würde es geiler finden, wenn wir die hier dazwischen machen. So. Und dann machen wir dasselbe. Hier müssen wir ja auch noch verkleiden, ordentlich. Stellen wir die erstmal hier so hin. Ah, das wird gemütlich. Das wird gemütlich. So. Ja, dann Sicherheit. Thema Sicherheit. Wie gesagt, in diesem Gebiet werden wir diesmal gleich so... So, 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 die nötigsten Sachen, bevor man es dann wirklich am Ende doch vergisst. Und ihr kennt mich. Ich vergesse es. So. Dann bitte einmal an der Oberfläche ausrichten. Dankeschön. Und jetzt ganz vorsichtig mit der Kamera. Ganz vorsichtig. Ich würde... Boah, Alter, du bist aber auch, ey. Schweinepriester. So, guck mal, wenn wir die hier hinten so... Die kann ja so ein bisschen oben rein. Wichtig ist, dass es da... Zeig mal her. Boah. Ah, Thema Sicherheit. Da sieht gut drauf. Kamera-Ansicht angeben. Ja. Kein Strom. Oh. Holy moly. Leute. Ah. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht in dem Gebiet. Hey, der Witzker. Voll vergessen. Ey, wir haben ja noch gar keinen Strom und den ganzen... Kladderadatsch. Ah. Und jetzt haben wir das so weit reingezogen hier. Oh. Böse. Böse, böse. Gerade wie... Ein bisschen wie, als ob ich mit einem Baby spreche, ne? Aber... Ist okay. So. Ähm. Ja. 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 Aber wir machen ein bisschen schönes Wetter derzeit. Kann das jetzt mal aufhören mit Regen, bitte? Die Leute wollen auch was sehen. Die wollen hier nicht den tobenden Strom haben. Na, Belohnung einfordern. Immer her damit. Die Raubkatze ist wieder im Besuch. Da müssen wir hallo sagen. Dann gibt es nämlich wieder 20. 20 Dalaschen. So. Ey, das Wetter wird nicht besser, ne? Ich bin auf dreifaches Vorspulen. Ah, jetzt. Meine Güte. So. Dann schnappen wir uns mal das Gelände. Ah, jetzt müssen wir noch mehr Gelände wegmachen. Ah, nee. Oh, das wird später echt spannend, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ah, daran habe ich nicht gedacht. Ich dachte, das habe ich hier schon irgendwie... Ring gebuddert. Ah, bin ich doof. Na, mal gucken, ob wir das sollte eventuell. Na, guck mal. Doch, das könnte klappen. So, bauen. Ne, nicht bauen. Einrichtungen. So rum. Strom. Und dann nehmen wir hier ruhig so einen Transformator. Und da kommt wieder die schreckliche Ansicht. Auf jeden Fall die Winkelausrichtung weg. So, wir müssen auf jeden Fall so weit wie möglich erstmal hier rüber. So. Schwupp. Und dann machen wir gleich noch Wasseraufbereitung. Hat er? Ja, doch, das ist der Weg, ne? Das ist mir nicht so schlecht. So. Und das sollte vom negativen Einfluss sollte es eigentlich passen. Sag ich jetzt einfach mal. Wir gucken mal. Also, drin ist es. Gut abgedeckt. Sehr schön. Und... Hier, negativer Einfluss. Ja, guck mal. Ja. Minimal da. Der eine Stein da. Der, der berührt. Aber alles gut. Alles gut. Und mir schläft gerade... Oh, kennt ihr das? Mir schläft gerade der kleine C ein. Oh, was ist denn das? Alter. Ich dachte aber, ey. Man wird älter und älter und älter. Ist nicht mehr so leicht wie früher, liebe Freunde da draußen. Ne, ne. Ne, 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 ne. So. Dann wollten wir... Machen wir weiter, Toni, jetzt hier. Lass die Leute jetzt mal nicht so lange warten. Wir machen mal wieder Play. Regen hat ja aufgehört. Dann haben wir wesentlich noch so ein bisschen Ton. Aber ich war ein bisschen überlegen, welchen Zaun. Aber ich glaube, den jetzt doch nicht. Im Endeffekt, ich glaube, ich nehme den. Ich glaube, den. Den heben wir uns noch auf. Ne. Oh. Toni, falsches Objekt. So, und dann nehmen wir uns den mal mit. Komm mal mit. Oh. Falsche... Fals... Ja. Ja. Ah. So. Und jetzt geht es ja erstmal darum, so ein bisschen Realismus hier reinzubringen. In die ganze Geschichte. Und vor allem kannst du bitte das Objekt ausrichten wegmachen. So. So, wenn wir nur gucken, ab welcher Höhe wir das Ding reinsetzen. Also schon so, dass wir das eine Holzstückchen da unten noch sehen, würde ich sagen, ne. Aber halt auch nicht zu viel Gitter. Das will ich auch nicht. Aber ich glaube, so ist okay. So sehen wir das Stückchen noch oben drauf. Ich glaube, das passt. Ich würde das einmal nehmen. Dann gehen wir direkt hier so auf Copy. Und wenn jetzt hier mal die Winkel... Und wenn jetzt hier mal die Winkel... Ja. Guck mal hier. Sensationell. Als ob der Zaun schon immer da stand. Naja, okay. Die Winkelausrichtung hat noch gar nicht funktioniert. So. Doch ein bisschen stärker der Winkel, als ich dachte. Ja. Wir müssen halt unten, dass der Zaun so einigermaßen ordentlich aussieht. Das erste Gitter. Ja. So. Sehr schön. Ja. Und dann ist das so ein bisschen realistischer, ne. Ich meine, das ist trotzdem noch sehr nah an hier hinten dran, ne. Aber das ist nur das Besondere an den Zoo, ne. Das ist das Besondere an den Zoo. Da haben die Besucher auch richtig was zum Mitfieber, ne. Falls das Kind doch mal reinfällt, ne. Wird es das überleben? Ja, nein, vielleicht. So. Mal her. Ja, 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 ja. Das Gute ist, dass wir wirklich diesmal ausnahmsweise immer denselben Stein genommen haben. Ich muss noch ein Stückchen mehr drehen, sehe ich gerade. Sonst ist Kacke. Nehme ich. Ist gekauft. Das sollte eigentlich so passen. Ja, schön ist halt jetzt beim Live-Gameplay, klar. Ich muss dabei quatschen. Wenn man mit Objekten hantiert, ist immer so ein bisschen, naja. Gibt besseres, ne. Aber. Ist halt doch wesentlich entspannender. Man sollte meinen, Speedbild ist entspannender. Aber, ne, ich finde Speedbild tatsächlich anstrengender. Nicht vom Gucken oder so, ne. Aber ich habe immer das Gefühl, auch wenn man ja, ich meine, ich kann ja im Bearbeitungsprogramm, ich kann ja auch mal 20 machen oder so, ne. Äh, die Geschwindigkeit. Aber, das kann man ja dann auch sich nie mehr angucken. Also, irgendwann sagt dann der Kopf, ne, lass mal, Alter. Das ist ganz schön heftig, was du da tust. Ich sehe gerade das eine Gitter. Ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber ich sehe es. Da, jetzt. Aber jetzt ragen wir bis zu den Steinen, ne. Dann muss ich noch, dann muss ich es weiter rumspinnen. Dann würde ich es, glaube ich, so lieber machen. Und wir haben nicht getroffen. Wir sind nicht angebunden. Hilfe! So wäre es angebunden. Naja, wir können das ja dann da weiter rumführen. Ist okay. Darf ruhig da durch, Ilan. Hammer? Neh mal. Aber mich nervt gerade die Barriere. So. Zeig mal her, wie sieht es denn jetzt überhaupt aus? Ja, guck mal. Wie? Hä, was ist so ein Zaun, ne? So ein Kack-Zaun. Was das einfach ausmacht, ne? Wesentlich angenehmer, leider. Ne? Vorher, oh plups, reingefallen ins Gehege und jetzt so zart bis zur Hüfte. Ne, da passiert ja nicht, genau. Mach mal ein Foto von dem Zaun, hast du gesehen? Frisch lackiert ihr die ganze Scheiße. So. Okay, gut. Haben wir uns genug gefreut über den Zaun. Machen wir mal weiter. Oh, manchmal labert man auch eine Scheiße, ne? Aber leider ein bisschen unterhaltsam muss man ja sein. Ansonsten wäre es ja auch langweilig, oder? Das ist ein bisschen Blödsinn gehört auch dazu. Da ist egal, wie alt man ist, ein bisschen blödeln. Das ist nun mal so. So, und jetzt müssen wir den... Ich würde den, glaube ich, schon so hinsetzen wollen. Für das Seitenstück. So. Mach das jetzt hier mal so freischnauzig, weil ich glaube, es passt gerade eigentlich ganz gut. Oh. Ganz ehrlich, ging jetzt sogar schneller. Hät es mal gleich gemacht, ne? Träumchen. Träumchen. Ab nach oben. Oh, hier fehlt er natürlich noch. Jetzt wird es nur spannend. Hier haben wir halt verschiedene Höhen. Ich glaube, das hier ist der höchste Stein. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall, dass man das Holz-Dings noch sehen kann. Ja, so wär's top. Toppelti top. Und den würde ich jetzt erstmal ruhig hier so ranziehen. Oh, das Schöne ist, wir können jetzt einfach durchballern, Leute. Boah. Mega. Wir machen mal, ab wo ist denn dann hier drüben der Zaun? Hier so ungefähr. Zack. Eins. Oh, ist das schön, wenn man nichts beachten muss. Zwei. Drei. Warum zähl ich überhaupt mit? Ah, vier. Oh, und wer... Oh, perfekt. Ah, ja, ja. Hm. Das ist schon, wenn wir jetzt noch die Winkelausrichtung reinmachen. Auslandsweise brauche ich sie. Und dann hier exakt das Ding. Ah. Das ist schon, das ist schon ein Highlight hier. So. Oh Mann, ich sag's euch. Ah, scheiße, doch nicht. Nee, müssen wir doch ein bisschen anwinkeln. Okay. Ah, so ist okay, ne? Ja, finde ich gut. So. Ja. Das passt und wackelt. Sehr schön. Komm mal gleich mit. Da könnte man jetzt überlegen, ob wir das so direkt jetzt machen, hier auf die Seite. Klingt so abwertend, ne? So für die Seite machen wir das nur so. So. Und... Ah, gut, dass ich die Taschenlaber anhabe. Ist gerade abends hier. Zack. Zeig mal her. Ja, Leute. Wesentlich besser. Das ist doch... Das ist so, ja. Das spüre ich. Und fühle ich. So. Dann brauchen wir... Hihihihi. Ich finde das so geil, ne? Könntest du mich ganz nachfreuen, wie die lachen? So. Ähm. Den Mülleimer oder den Mülleimer. Mein Sohn kommt gerade rein und streckt die Arme hoch. Hast du heute was erlebt oder was? Nö. Hab's nicht. Gut, dann. Du weißt, was du zu tun hast? Gut. Mach das mal. So. Vielleicht ist ich gleich vorbereitet, dass er schon da ist. Verdammt. Verdammt, wie sieht denn das jetzt aus? Sohnem rankommt und der Papa spielt hier an der Konsole. Das ist doch wohl ne Frechheit. So. Ich hab ja mal noch so ein paar Lichter. Die nehm ich mir mal direkt. Und wenn wir ne relativ schöne... Boah. Ich sollte das nicht so tun, wie ich's tue. Ne, oben wär schon geiler eigentlich. Ein Stein ausrichten, das ist immer so ne Sache. Boah. Ah. Hm. Hm. Und das wird dann auch nicht besser, wenn die Kamera einmal rumspackt. So, ich würd's mal... Zeig mal her. Warte mal, war ich die überhaupt... Ernsthaft? Ernsthaft jetzt, Toni? Ernsthaft? Hast du das jetzt wirklich da reingemacht, wo man es nicht sieht? Geil. Okay, dann halt hier. So. Gefällt mir auch wesentlich besser. So. Dann einmal hier. Copy. Oh, Mutti. Ey. Mutti. Sollte die Kamera lieber drehen. Ich bin, glaub ich, noch im... Bin ich noch im Erkundungskamera-Modus? Das kann natürlich sein. Das würde erklären, warum ich mich hier heute echt dämlich mache. Aber. Das ist mir zu schief dort, ne. Und das andere wär schon wieder zu nah. Wir machen mal hier nur auf der Seite. Ah. Hm. Hm. Ah, uh. So. Da eine dran. Dann gerne... Hier so beim Mülleimer. Finde ich ganz gut. Dass hier so ein bisschen beleuchtet ist. Und gerne auch hier gegenüber. Da noch eine. Nö, und mehr nicht. Das... Das muss reichen als Beleuchtung. Außen können wir überlegen, aber dafür haben wir ja auch dann die, äh... Laternen. Das wäre dann ein bisschen übertrieben. So. So, ne, man kommt wieder und zeigt wieder Däubchen nach oben. Sehr schön. Läuft. So muss das sein. So, jetzt könnte man überlegen, ob wir die eventuell... Zählt das, wenn ich die so eigentlich... Aber warte mal, wir wollten ja eigentlich... Ich mach's ja erstmal da hin. Ich mach's ja erstmal hier so hin. Weil ich mag, ehrlich gesagt, den Body nicht von... Von der Kamera. Bin ich jetzt echt... Boah. Nicht so der Fan von... Ja, sowas in Ordnung. Ja, so ganz still und heimlich wird man da beobachtet. Aber nur so ein bisschen. Es dient ja der Sicherheit. Im Dienste der Sicherheit. So. Mitarbeiterwarnung. Essenstablett groß. Futterstation kann nicht vom Tierpfleger. Vom Boden schon wieder. Ey, ich... Du verstehst es nicht, ne? Wie kann das... Immer wieder sein. Oder manchmal sein. Oh, hier geht's gleich los, ne? Wenn schon die Musik läuft. Dass auf einmal... Das Futtertablett nicht geht. Ich meine, das hat die ganze Zeit funktioniert. Und das ist genauso wie mit dem Bug, dass die Tiere auf einmal verschwunden sind. Oder verschwinden. Und es gab nach wie vor noch kein Update, ne? Was ich... Da muss ich wirklich sagen... Da sind sie nicht gerade top, ne? Was das angeht. Wollen... Es gibt halt Bugs. Oh, das ist schon schön, ne? Guck mal. Oh. Du bist ein Hübscher. Ja, wirklich? Ja. So. Lion Hutchison ist auch wieder am Start hier. Irgendwo hier hinten. So. Gut, weiter geht's. Nicht lang packen. So. Jetzt müssen wir erstmal... Uns darum kümmern hier. Und das ist leider Gottes... ...ein Tick zu niedrig. Ja. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier oben... Aber anscheinend... Wenn wir Glück haben, ist es wirklich nur die unterste Schicht, die hier echt ein bisschen doof im Weg ist. Das sollte ja eigentlich nur mein kleiner Regenunterstand sein. Auf natürliche Art und Weise. Öh. Okay, da brauchen wir noch was Flaches, was wir reinstopfen können. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. So, die Höhe da geht... Wenn auch... Auch schon hart, ne? Aber es ist okay. Es ist... Es ist okay. Würde ich und kann ich auf jeden Fall mit leben. Den könntest du eigentlich fast komplett... Ja, mach's so hier. Setz' den hier an. Da lachen sie sich wieder hinab, da, ne? Da lachen die sich hin schlapp hier, wie ich hier mit der Kamera hantiere. Ich will's jetzt nicht fast daran zu witzig ist. Ja. So. So, wir machen's jetzt einfach mal. Das siehst du nicht. Hier unten. Ich sag doch, irgendwas spackt doch heute. Wartet mal. Also jetzt werde ich aber... Ne, jetzt ist der Standardmodus. Aber warum ist denn die heute so sensibel? Ach! Oh Gott! Ah, jetzt! Oh, ich bin so dumm. Äh, für euch als Erklärung. Ich hab'n Elite-Controller. Und auf den Elite-Controller hab' ich drei Setups gespeichert. Und darunter einer für Eco-Shooter. Ja, auch ich spiele noch Eco-Shooter. Gerne mal. Und da kam ja jetzt so ein kostenloser von Ubisoft raus. Da hatte ich die Alpha schon mal gespielt gehabt. Und den fand ich... Äh, gar nicht mal so verkehrt. Aber für Eco-Shooter, darauf wollte ich jetzt hinaus. So. Komm, mit der Kamera nicht mehr runter. Oh, das liebe ich auch immer. Einmal rauszoomen. Und einmal rein. Komm. Gib's mir. Ja. So, dann wählen wir uns das an. So. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Für Eco-Shooter hab' ich halt die Sensibilität der Sticks natürlich anders eingestellt. Oh, ja. Und das ist der Grund, warum grad... Die Kamera ein bisschen... Ein bisschen sensibel war. Ach, scheiße. Äh, die Scheibe fing ja erst da an. Hä, wie da hatte ich denn? Warum hab ich denn die Steine dann so runtergemacht? Ich meine, ich hab mich so die ganze Zeit gefragt, warum ist das eigentlich zu niedrig? Weil ich hab mich ja nach der Scheibe ausgerichtet. Aber anscheinend hab ich mich eben nicht nach der Scheibe ausgerichtet. Hä, war ich da besoffen? Sag mal. Sachen gibt's hier? Die gibt's ja ja auch nicht. Ja, dann können wir uns ja hier den ganzen Glatteradatsch sparen. Also, die Wellen hätt' ich jetzt eh nicht gelassen, ne? Also, das sah jetzt echt schon dämlich aus. Haha! Äh, so. Wo fängt die Scheibe an? Da. So. Und jetzt können wir doch eigentlich die untere... So, da wegmachen. Du musst aber ein Stückchen höher, Freund, Blase. Und jetzt noch diese komische... Geschwür. Richtig weglöschen. Passt, ne? Ja. Sehr schön. Super, so haben wir das. Hier müssen wir noch anpassen. Das ist jetzt aber nicht das Problem. Warte mal, könnten wir vielleicht eventuell sogar mit der Säule... ...hantieren. Guck mal her. Oder bist du zu dünn? Kann sein, dass er zu dünn ist. Ich mach mal einen hier hin und einen hier hin. Und dann gucken wir uns mal an, ob das es doof aus sieht. Also, wenn es doof aus sieht, dann machen wir uns gleich wieder weg. Oh. Man sieht es ja nur von der einen Seite. Ja, sieht es nicht doof aus, aber ist jetzt halt auch kein Kunstwerk, ne? Weg damit. Haha! Gut. Sparen wir uns. Jetzt will ich erst mal schauen. Also, Einrichtungen. Moment. Ich hab das irgendwo mal gesehen. Und das wär natürlich cool, wenn wir das irgendwie mit einbauen könnten. War das hier mit drin, ne? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt Besucherglocke hieß. Kann auch sein, dass ich mir den Namen jetzt einfach selber ausdenke. Weil ich der Meinung bin, dass es so heißt. Aber hier sehe ich zumindestens das nicht. Oh, ich merke gerade, wie im ganzen Haus hier bei mir gerade der Postbode überall klingelt, ne? Hoffsaretiner nimmt das Paket an. Scheiße, wie hießen das mit? Das ist eine Mitarbeitereinrichtung? Was ist damit? War das vielleicht hier drin noch versteckt? Ne, das sind wirklich bloß Vivarien, ne? Gästeinrichtungen. Hier, oder? Zu Eingang. Da, 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 ich sehe es, ich sehe es. Ja, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht vorbereitet, liebe Freunde. Hier, Aussichtskuppel. Guck mal. Geht das überhaupt? Nee, da meckert der, ne? Weil unten drunter was ist, ne? Hä? Hier wird es gehen. Oh! Hm. Das wäre ja fast perfekt. Das wäre ja... Oh, hier wäre es richtig geil. Ich hau das mal dahin. Wie sie... Stopp. Stört das sehr? Scheiße. Das ist genau da, wo... Hm, dann kommen wir nicht mehr zum Essen. Aber anscheinend arbeitet hier sowieso keiner mehr. Und macht hier mal ordentlich. Scheiße. Der wird hier nicht lang laufen können. Wir müssen gucken, ob wir es noch ein bisschen nach rechts schieben können. So, dass noch ein bisschen Platz ist. Ja, doch, doch, doch. Bis er hier her geht. Mach mal hier hin. Das krieg ich mit den Steinen verdeckt. Und hier kann man... Hier ist genug Platz zum Langlaufen. Und ich mach mal den Stein hier noch sicherheitshalber... ...ein Stückchen runter. Jetzt hat er sich da genau hingelegt, ne? Die Hyäne. So. Ach ja, seht ihr? Das mit dem Futtertablett, das hatte ich hinbekommen noch. Das hab ich, äh, abseits von Screen gemacht. Entschuldigung. Bevor ich das jetzt hier vergesse zu sagen. So, da ist ja jetzt genug Platz zum Langlaufen für die Dings. Und das andere können wir ja mit einem Stein zumachen. Aber jetzt brauchen wir noch den Zugang, ne? Wie macht man denn den Zugang dafür? Das ist die Aussichtskuppel. So, die muss ja irgendwie... ...funktionieren. Wie funktioniert das? Gäste-Spawner? Übrigens hätte ich das hier gewusst, ne? Dass es ein Zoo eingibt mit Bussen. Oh. Da hatte ich mich nicht genug damit beschäftigt. Ey, der hätte mal voll das machen können. So mit einem ganz kleinen Mini-Dings. Egal. Egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig. So, wie kriegen wir denn jetzt den Eingang? Muss ich auf die Kuppel vielleicht gehen? Guck mal da. Ah, Kuppeleingang platzieren. So. Und jetzt war mein Plan. Wenn wir das hier hinten... Kann ich's auch drehen? Weil das war eigentlich so mein Plan. Aber er richtet sich die ganze Zeit an den... Nein. Ich will an den Weg ran. Wie kann ich denn das drehen? Er macht's halt so automatisch. Ich will an den Weg. Dreh dich mal an den Weg. Hallo. Ah. Ach, Gott sei Dank. So. Ja, das klappt. Das klappt, Leute. Oh. Oh, ist das geil. So. Mega. Wie weit komme ich ran? Wie weit komme ich ran? Näher will ich sogar gar nicht ran. Zack. Nice, 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 nice. So, dann bitte einmal den Stein hier nehmen. Schwupp. Und den können wir direkt, direkt... Das sieht schon fast schön aus, wie du da dran stehst. Hervorragend. Ich liebe es, wenn Sachen funktionieren. Oh nein, jetzt habe ich denselben Stein wieder genommen, ne? Oh, ich bin so dumm. Kann ich bitte auf Copy gehen? Dankeschön. So. Jetzt stört natürlich die blöde Kamera. Ja, du hast dir von uns da hingestellt. Jetzt bist du selbst schuld. Selbst schuld, Toni. Ja, aber nur ein bisschen selbst schuld. Wie kann man denn nur ein bisschen selbst schuld haben? So. Ey, das ist gut, wenn das Glatte in die Richtung das... Das ist richtig gut. Weil der Plan wäre ja natürlich... Da könnte man ja auch... ...ne Tür noch reinsetzen, ne? Ich mag das ja nicht, wenn die immer so ins Dunkle verschwinden. Ja, die Kamera, da müssen wir uns gleich Gedanken machen. Gleich, liebe Freunde, gleich. Du bist jetzt natürlich noch ein bisschen... Ernsthaft? Ernsthaft? Hä? Oh, sehr schön. Und dann gerne. Ich hätte gerne so eine glatte Seite auch hier drüben. Nicht, dass man so dann sehen wird, weil ich eine Tür ransetze, aber ich weiß es. Gefährliche Kämpfe. Ei, beim Rothirsch, da geht's schon wieder ab, ey. Dass die sich nicht einfach liebhaben können, ne? Das sind aber auch manchmal echt... ein paar Pfeifen. So. Zack, 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 zack. Ja. Finde ich gut. Ja, ich mein, das ist ja Wurscht hier, der Bereich. Den sieht man eh nicht. Ist das Ding jetzt schon offen? Ne. Gehege nötig. Wie gehege nötig? Wow, 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 wow. Ich denke, es ist egal, wo ich das jetzt hin platziere. Ne. Moment mal, du willst mir jetzt sagen, ich muss das? Ja, hier ist Platz dafür, ich weiß. Ich kann, wir können es auch hier hinsetzen, aber jetzt habe ich mir so Mühe gegeben auf der anderen Seite. Oh, Menno. Ich meine, ja, es macht sogar Sinn, wenn es auf der Seite ist, ne? Es macht sogar, rein vom Bauen her, sogar mehr Sinn. Aber jetzt habe ich es da schon da drüben gebaut. Oh, Manno. Wie weit können wir das ziehen? Okay, eigentlich, also wir müssten hier das machen. Gut. Bitteschön. Sekunde. Meckerst du noch? Nein, hier meckert er nicht. Toll. Umsonsten im Bunker da drüben gebaut. Mensch. Und vor allem, ah, jetzt kommt wieder mein, mein Fluch. Ja, das nächste Mal speichere ich sie als Baugruppe. Ihr müsst mich jetzt nicht ermahnen. Ich, ich fluche selber darüber. Es tut mir ja leid. Ich kann mich jetzt auch nur entschuldigen dafür. So. Das weg, das weg. Oh, fressen wurde mal gemacht. Mensch. Oder zumindestens weggeräumt. Ob sie jetzt was bekommen haben, weiß ich gerade nicht. Aber noch sind hier keine Leute von der PETA da. Also alles cool. So, 3, 2, 1. Ich schiebe es. Und zwar jetzt. Ah. Okay. Alles ist gut, Tumi. Alles ist gut. So. Das ist natürlich aber auch cool, wenn wir das dann jetzt hier hinstellen. Finde ich auch gut. Oh, nein. Gönn dir. Ah, ihr wart schon drinnen. Ja, schön für euch. So. Ganz ehrlich, die Rückwand sehen wir jetzt eh nicht von der Seite. Aber das Ding, die braucht mal. Tja, liebe Leute. Ja, einfach kann jeder, ne? Wir machen es richtig umständlich, ja. Also, wenn schon, denn schon. Aber hey, im Speed Builder, da kommt ihr ja nicht auf eure Kosten. Da hört ihr mich nicht fluchen. Das müssen wir doch jetzt hier nachholen. So. Zack und ran. Können wir? Ja, ich könnte es eigentlich recyceln wahrscheinlich, ne? Ich komme jetzt nicht an den Stein ran, doch an den komme ich ran. Wir machen mal Pause. Oder erst mal, ich mache erst mal volle Bulle für euch, damit es erst mal hell wird wieder. Gehen jetzt schon welche? Das sind welche in der Kugel. Guckt mal. Ah, okay, den Stein müssen wir dann auch auf jeden Fall wegmachen. Schaut ein bisschen doof aus, dass wir jetzt die Küppel so abgeschnitten rausgucken. Okay, ja, das würde ich vielleicht noch einsehen. Aber, lustig. Können wir dann auch aus der Kugel rausgucken? Ja, welches Spann. Das ist ja lustig. Und ja, fressen gibt es. Na, super. Krass, das ist auch hier. So, ist es jetzt langsam hell für euch genug? Ne, noch nicht, ne? Wir warten noch. Wir haben noch Zeit. Keine Ahnung. Folge kriegt wieder super Überlänge. Aber wir sind ja noch nicht ready. Haben wir noch ein bisschen was vor? Ich meine, ein bisschen kann ich offscreen immer arbeiten. Ihr müsst ja nicht bei jedem Grashalm dabei sein. Ja, du musst mir das nicht zeigen, das weiß ich. So. Und von daher passt das. So, dann löschen wir mal den Stein weg. Den Stein hier können wir wahrscheinlich einfach schieben. Ja, wir machen dann eh da die Tür hin. Alles cool. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. So. Da müssen wir jetzt aber zumachen. Dann brauchen wir aber den jetzt. Guck mal her. So. Geht aber ganz schön beide in den Weg rein. Wenn wir es so probieren. Und so. Ja, das ist okay. Das ist. Es ist okay. Kann ich mit leben. Ja, und jetzt. Huiuiui. Das ist natürlich ein gutes, krasses Stück, ne? Also wenn ich es flach drauf mache, ist es vielleicht besser. Aber ich meine, es sind ja nicht so groß die Leute. Eigentlich. Also man hat sich ja sowieso mit den Eingangen keine Ahnung, wer da auf die Idee gekommen ist. So. Da haben wir jetzt noch eine kleine Lücke. Wir müssen mal gucken. Wir müssen gleich gucken. Nicht, dass die abhauen können. Die Säcke. Jetzt haben wir noch den Stein. Nein. Zurück. Okay. Ja. Hätte schlimmer sein können. Geh ich mit. Das ist da unten verdenken wir noch. Keine Sorge. Das ist weg. Welcher bist denn du? Welcher Stein bist denn du? Ich sagte, welcher Stein bist denn du? Okay. Du hast eigentlich keine Bewandtnis mehr, ne? 3, 2, 1 und weg. Als ob, Mann. Ich klicke den Stein an. Der Stein ist nur blau. Und was löscht er? Das Ding. Ja. Sabanfelsen steht drauf. Und drücke ich löschen, löscht er uns das Ding weg. Hä? Manchmal will mich das Spiel so verarschen, ne? Also manchmal denkst du jetzt wirklich so, warum Spiel? Warum? Ich hab dir nichts getan. Mach einfach, was ich will. Aber nee. Das macht's nicht. Wie tief kannst du gehen? Das muss so ne kleine Ministufe ist auch okay. Aus Natur. Stein natürlich. So. Zack. Hammer? Neh mal. Gut. Mal wieder ein bisschen Play machen. Ich würde gerne noch einen Tick Heller haben wollen. Wollt ihr schon mal reingehen? Wird grad keiner rein? Ey Leute, ihr kriegt jetzt auch... Okay, dankeschön. Wir sind einer. Dankeschön für deine Gnädigkeit. So. So. Lassen wir mal schauen. Ist das die Kuppel? Das ist die Kuppel. Wie kriegen wir den Stein jetzt hier angefasst? Und ich hoffe auch wirklich, dass das nur... Das ist ein Savantfelsen. Ich hab da den ganzen großen Savantfelsen. Okay. Aber das ist auch der, den ich sowieso brauch. Guck mal. Ja. Ja. Das wollten wir ja abdecken. Und aber so, dass die... Dings noch an der anderen Seite langlaufen können. So. Wie sieht's aus bei dir? Scheiße. Ich hab immer noch das ganze Gras da. Oh, nee. Lecko mio. Das wird jetzt eine spannende Kiste hier. Ich sag euch gleich. So. Wir können den so setzen. Aber wie gesagt, die Mitarbeiter müssen halt... Die müssen rankommen. Die müssen hier durchkommen. So. Da ist... Es ist ja links. Es ist ja genug Platz zum Laufen eigentlich, ne? Also in der Theorie, ja. So. Wie machen wir jetzt so das Ding? Ich muss das Gras halt wieder raus machen. Okay. Damit haben wir es einmal erwischt. Sehr schön. Nein, nicht die Aussichtskuppel. Gras. Danke. Gras. Warte mal, bin ich noch... Bin ich noch drin? Ja. Nein. Nein. Ja. 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 So ist besser. Weil ich jetzt... Man muss den Stein wirklich komplett entfernen. Oh. Sehr nervig. Keine Sorge, wir haben ja oben noch die Platten, aber trotzdem ist es nervig. Ah ja, damit man das dann so sieht hier. Ja, das würde mich nicht stören. Aber so ein bisschen müssen wir es halt schon realistisch machen. Weil sonst würde ich mich ob ewig wieder sagen... Ah, Toni, warum hast du denn das so gemacht? Das geht doch nicht. So, dann nehmen wir jetzt hier die dünnen Platten nämlich. Die sind jetzt ausreichend. Und die können wir auch hier so hinpflanzen. So. Machen wir ohne. Danke. Oh. Gah. So. Dadadadadadam. Okay, das sieht gut aus. Mhm. Und so. Sehr schön. Wenn wir jetzt das Gras hier noch angefasst kriegen wieder, aber da war Toni wieder zu voreilig. Nicht schlimm, nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall noch Puffer. Aber das soll ja, wenn du hier oben bist, sollst du ja... Das soll ja schon... Jetzt muss es auf jeden Fall hier oben so ein bisschen getrocknetes Gras sein. Wenn man schon da in der Kuppel steht. Und... So. Da darf der Stein gerne so ein bisschen... Raus gucken. Und hier machen wir noch einen fließenden Übergang. So. Neh mal. Ähm... Entweder wir nehmen ne Wurst oder wir nehmen keine Wurst. Bei dir ist alles cool, ne? Warte mal kurz. Kann sie durchlaufen? Ja. Ja. Ach, Gott sei Dank. Gut. Planen ging auf. Sehr schön. Hierhin jetzt gut. Tierwarnung. Immer noch gefährliche Kämpfe hier. Müssen wir uns später drüber kümmern. Ach, das ist beides Gehege 7, ne? Na gut, wenn wir immer hier sind. So, wer ist denn jetzt schon wieder zu alt geworden? Zack, du. Du kommst erstmal ins Handelszentrum. So, weg mit dir. So. Problem gelöst, ja. Weiter geht's. Ja, jetzt ist die Frage. Wir hatten ja hier so schöne Pflanzen genommen. Zum Beispiel, die finde ich eigentlich... gar nicht mal so verkehrt. Aber ich glaube, Kängurugras... da fahren die überhaupt nicht ab. Sonst hätte ich mir das nämlich hier schon irgendwo mal in die Seite mit denen geschmissen. Ist das jetzt euer Ernst? Warum auf einmal wieder? Und warum auf einmal hier? Ich meine, das ist das wohl offenste Gelände überhaupt. Und ihr sagt, ihr kommt nicht hin. Erzählt nicht. Ihr könnt hier einfach hinlatschen. Die Warnung gab's hier noch nie in den Gehege. Einfach ignorieren. Das ändert sich von alleine. So. Komm mal her, Hyäne. 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 So, lass noch mal gucken hier. Lebensqualität. Nein. Pflanzen. Deswegen sag ich ja, hier ein bisschen Puffer haben wir. Ach ne, warte mal. Hier ist das Kängurugras. Höh? Also der hat kein Problem damit. Hatte ich das schon verteilt gehabt? Wie ist dumm. Welches warst du gewesen? Oh, das ist aber auch schön, ne? Ja, find ich auch gut. Und wir haben Puffer. Ich meine, wir haben Puffer. Ich find's halt schön, dass wir ja so unterschiedliche Gras-Sorten haben. Jetzt auch gerade mit diesem vertrockneten Kack. Die ist voll böse, ne? Vertrockneter Kack. Aber ist gar nicht so von mir gemeint. Wir wollen's ja schön machen. Wir wollen's ja schön machen. So, und das ist die Frage. Fühl ich eher so ein Gras hier drinnen? Ah, ich bin mir noch nicht... Doch, doch, doch. Guck mal. Doch. Alter, ist die Kamera wieder direkt weggesprungen. Das ist mir zu buschig hier. Müssen wir mal gucken, ob's noch ne kleine Variante gibt. Da können wir's auch nicht so machen, dass irgendwie nur so... So wie hier jetzt hier so ein Puppel rausklotzt. Ah, ich mag das. Wenn halt so ein bisschen Vegetation sich immer mal wieder... Hat man ja auch in der Natur. Sich überall durchsetzt. Das ist egal, ob Stein, ob... Keine Ahnung, was. Natur findet bekanntlich immer einen Weg. So auch bei uns. Und die Lücke haben wir aber noch nicht geschlossen. Ah! Schäme dich. Und ich will... Ich hab gar nicht... Ich hab gar nicht auf dem Schirm, wie weit jetzt die Aufnahmezeit schon ist. Ich wette, wir haben jetzt fast schon ne Stunde erreicht. Das ist natürlich jetzt uncool. Und ja, ich hatte das letzte Mal gesagt, hier oben will ich eigentlich gar nichts drauf machen. Aber... Ich nur hier hinten in die Ecke. So ein bisschen. Tut ja niemandem weh. Also... So. Da, da durch. Das, da durch. Wie gesagt, hier würde ich was Kleineres haben wollen. Zeig mal. Mitarbeiterwarnung, Tierwarnung. Oh. Mensch. Ne, da sieht's doof aus. Ist okay. Akzeptiere ich. Wenn Dinge doof aussehen, dann müssen wir uns auch akzeptieren. Aber hier hinten nicht. So, Hammer. Hammer, 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 Hammer. Dann. Mal ganz kurz will ich. Wer macht denn schon wieder Probleme? So, wer denn noch hier? Du. Hansjürgen. So. Weg mit dir. So. Hammer. Ja, heute haben wir aber auch einen Rainy Day, ne? Meine Fresse. So. Dann haben wir hier noch so ein paar Wurzeln. Da würde ich doch mal sagen... Die nehmen wir mal direkt mit hier. Und die werden wir definitiv anbringen. Und eventuell auch so, dass die schon an der Oberfläche ausgerichtet sind. Ja. Ja. Dann lass die ruhig so ein bisschen. Haben die ein Wurzelproblem? Also. Ich meine jetzt nicht irgendwie ein Zahnwurzelproblem, sondern... Mit der Vegetation. Leute. Hört doch mal auf zu lachen. Bitterer Ernst hier. Ach, das mag ich immer nicht, ne? Seht ihr das? Wenn das dann so ausgerichtet ist? Boah. Boah. Nee. Nein. Oh. Und dann verklickt man sich einmal. Oh. Wir könnten sie aber auch hier ransetzen. Bisschen die Wurzel rausgucken lassen. Ja. Lass mal schauen, wo könnte man sie hinsetzen. Da ragt sie halt auch so in die... Ah, ich mag das nicht, wenn die so absteht in die Luft, ne? Das sieht immer so... Ich weiß nicht. Bäh, aus. Boah, wenn ich es jetzt hier noch so ein bisschen mitkommen lasse... So, zeig mal her. So. An der Stelle. Und dann lassen wir die hier einfach so ein bisschen miteinander... Jetzt schneit die Scheiße. Na, leck mich am Arsch. Ey, aber was ist denn heute los hier? Was für ein Wetter. Da war es der Blöde. Ich sehe hier bald gar nichts mehr. Ey, wirklich. Lianenranken? Wir hatten die Lianenranken? Habe ich mir die hier hingelegt? Wollte ich Lianenranken daran machen? Achso, wollte die... Ja, also diese typische... Der Wurzellook. Ja, können wir auch anmachen. Würde ich jetzt aber auch nicht übertreiben. Also, wenn wir das wirklich... So machen. Na, hier haben wir sind so ein Stückchen vor. Sonst ist es doof. Oh. Machen wir dann lieber... Lieber zwei aufeinander. So leicht ineinander gehen. Wird ich, glaube ich, optisch ein bisschen... Wow. War ja schon weit weg vom... Ding selber. Man sieht ja nichts hier. So Schneesturm. Junge, 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 Junge. Sind welche in der Kuppel drinne? Ja. Nutz die Kuppel. Genießt es da oben. So. Ey, mir geht der Schnee gerade voll auf den Sack, ne? Kann der Schnee jetzt mal bitte aufhören? Gefährliche Kämpfe wegen... Ich will mich verarschen, der Luchs. Ah, jetzt komme ich hier zum... Bitte was? Ich habe gerade Select gedrückt zu gefährliche Kämpfe. Wo lande ich bei den Capybaras? Also, ich würde meinen Arsch drauf verwenden, dass hier keine gefährlichen Kämpfe sind. So. Jetzt gucken wir nochmal hier. Ist denn hier los bei euch? Sag mal, dich habe ich doch. Oder warst du da gerade auf dem Weg zum Tierarzt? Ich hatte mich schon gewundert. So, ab ins Handelszentrum jetzt. Jetzt macht der Rote Hirsch Probleme. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Ja, das wird sich auch ändern, Freunde. Also so nicht. Oh, guck mal. Oh, habt ihr das gesehen? Es war ein super... Kann ich mal bitte ein normales Tempo machen? Das sah ja spektakulär aus. Los! Oh, jawohl. Holst dir. Hast du fein gemacht. Das war leckerli, ne? Willst du nochmal? Und. Und. Hoppa. Jawohl. So, liebe Freunde. Das kostet jetzt aber hier extra. Also nicht, dass ihr hier denkt, boah, die Tiere habe ich nämlich so trainiert, dass die das machen. Und das müsst ihr natürlich auch bezahlen. Das ist klar. Hier. So. Gleich die Spendenbüchse hier raus. Ja. Spendet! Ich hasse diese Spendenbüchsen. Die sehen optisch halt echt scheiße aus, ne? Also etwas, wo ich mir denke, haaa... muss das sein. Und ja, wir müssen... Ey, wir haben eigentlich noch nichts geschafft heute, ne? Das ist voll traurig. Das ist voll traurig. Ja, Vorteil an Speed Build. Ja, ich sehe es ja ein, liebe Freunde. Wir schaffen wesentlich mehr. Und das ist für euch immer natürlich eine schönere... ...Sache. Nee, euer Ton ist nicht weg. Ich wollte mal nur grad die Klappe halten. Ha, 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 ha. Äh, toll. Müssen wir mal ja hier wieder das wegmachen. Ist ja ärgerlich. So viel Mühe hier gegeben an der Seite. Mann. Hat er so schön gepasst. Wir brauchen noch eine Tür, ne? Und wurzelmäßig bin ich auch noch nicht richtig weitergekommen. Aber ich glaube, das werde ich auch in der Folge nicht mehr schaffen. Ich habe wieder... Echt, wie habe ich... Habe ich das bisher hergezogen? Oder hat der das jetzt gemacht? Ja, kik mal. Das ist jetzt gelöscht, ist alles okay hier? Ja. Das ist ja krass. Okay. So. Ne, das werden wir dann heute auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Ich werde aber dann das Gehege... Ich sag mal so, die drei, vier Pflanzen da noch... Ist ja nicht mehr so viel. Das mache ich dann offscreen. Und dann, äh... Oder hier die Wurzeln. Und dann ist das auch okay. Und danach stelle ich es wieder für euch online. Ihr wolltet das ja unbedingt. Ich habe euch ja... Auch ein Bild geschickt. Über YouTube. In den Community-Button. Übrigens, da nochmal ein großes Dankeschön. Dass ihr auch da weiterhin... So fleißig seid. Und alles unterstützt. Und ein Däumchen nach oben gebt. Ja, die Zuschauerzahlen, die gehen jetzt langsam nach unten, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Das Spiel ist jetzt auch nicht mehr so jung. Ne? Die meisten, so der... Der Hype ist dann so irgendwann mal vorbei. Aber trotzdem, die, die noch da sind... Also, ihr seid mega. Ihr unterstützt fleißig. Und lasst ein Däumchen da für die Videos. Das ist top. Also, da kann man echt nicht meckern. Das... Das macht ihr so, wie es ist. Richtig gut. So. Oh, guck mal. Jetzt sind die... Ist der hier dran, ne? Oh. Ja, ja. Ach, schon geil, ne? Ist schon geil. Und ich finde das mit den Zaun super. Der hat sich gelohnt. Der hat sich wirklich gelohnt. Und ich glaube, hier müssen wir auf jeden Fall den Eingang noch ein bisschen höher machen. Gerade, wenn ihr mit ihrem Ballons kommt. So, dann wollte ich hier oben... Pam, 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 pam. Das nehmen wir auch noch mit. Dass ihr auch da dabei gewesen seid. Könnte man eigentlich mit Rahmen machen. Aber eigentlich... Aber leicht anwinkeln. So. Und dasselbe hier drüben noch. Das war halt noch die Soundboxen machen. Uh, das gefällt mir aber nicht, wenn das unterschiedliche Höhen sind. Das nicht cool. Ja, besser. Und dann aber auch dieses typische, wie man es kennt. Leicht angewinkelte. Und wie weit kann man ihn reinkriegen? Äh, nee, gar nicht so weit. Aber so. Ist dann dann doch schöner, wenn du das von der Seite so anguckst. Wesentlich angenehmer. So, dann hier oben noch schnell. So, machen wir auch noch dicht. Nicht so viele Baustellen noch, ne? An den Dingen. Ja, schon krass. Hätte ich nicht gedacht. Allein die Rückseite. Die wird nochmal, die wird nochmal, die wird nochmal ein richtiges Vergnügen werden. Aber das haben wir dann wirklich. Also, die machen wir wirklich erst, liebe Leute, wenn wir dann von hier drüben vom Himalaya kommen, ne? Wichtig ist erstmal, dass die Vorderseiten stimmen. Wir können ja auch überlegen, ob wir hier auch noch einen Namen oder irgendwas anbringen. Wie? Eingang. Ganz kreativ, Toni. Eingang. Viele Gäste denken, dass die Tickets hier haben. Oh, Leute. Das beschwert euch einfach mal, dass die Tickets zu günstig sind. Anstatt es einfach zu genießen. Äh, das ist die Tür. Die Tür. Lass mal noch die Tür machen. Wir brauchen eine Tür. Eine Tür. Wo fände ich sie denn nur? Vielleicht beim Bau und am Haus. Und da brauchen wir eine Tür. Die ist direkt daneben. Na, na, na. Eine afrikanische Tür. Das ist aber, die wird zu klein sein. Und zwei von denen nebeneinander könnte... Na, wobei. Es könnte... Nee, es muss nicht doof aussehen. Stopp, 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 stopp. Habe ich ja auch so bei den Toiletten immer gemacht. So. Na, 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 na. Aber sie muss eigentlich rein, weil wir unten die Steinkant... Bitte haben... So. Zack. Äh, ernsthaft, die verschwindet schon beim Stein? Nicht cool. Das müssen wir noch ändern. So. Haben wir jetzt ein Tor draus gemacht. Aber das Problem wird sein, wenn die jetzt hier schon verschwinden... Wir müssen mal gucken, wie weit ich den noch rüberkriege. Ja, gut, hier, ja. War jetzt nicht ganz so wild, wie ich gedacht habe. Boah. Ach. Ach. Und die Kamera lässt mich wieder nicht ran. Lässt du mich? Ich hab grad zugemacht, ne? Ja. Lässt mich nicht mehr ran, ne? An die Tor. Das ist also manchmal... Da könntest du durchdrehen, ne? Oh. Jetzt, wenn ich jetzt hier so dran bin, ne? Jetzt aber. Oh. Leck um you. Also, wirklich. So. Bitte einmal... Dahin. Und... Lass mich dich einfach auswählen. Dankeschön. Ja. Find ich auch noch okay. Sehr schön. Krass. Jetzt guckt mal diesen Unterschied an, ne? So. Könnten wir ja auch leicht nach vorne machen. Darf ja ruhig überdacht sein. So. Mhm. Ja, da müssen wir dann auf jeden Fall ein Schildchen oder sowas davor machen, ne? Man soll ja wissen, was da ist. Ja, ja. Ihr wolltet rein und dann doch nicht? Wo ist das Problem? Wollt grad keine Tiere. Apropos... Wartet mal. Aber heute, ne? Ehrlich gesagt, wir haben heute echt mit dem Wetter zu kämpfen, ne? Meine Fresse. Ähm... Lebensqualität. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen noch. Vielleicht können wir... Der Futterspender Bambus. Ja, der kann ja nicht aufgefüllt werden. Wir brauchen etwas, was nicht aufgefüllt... Hier. So ein Kauspielzeug. Das ist doch was. Ja, das wollt ihr sehen, ne? Guck mal hier. Einmal das noch. Und... Haben wir noch irgendwas Spannendes? Nö, ne? Dann ist es wieder bloß Ball, Ball. Ah, jetzt nicht so viel Spannung. Nein, wir haben ein Kauspielzeug. Die können sich da oben ruhig damit... Guck mal! Der geht direkt hin! Oh, schnell! Können wir in die Kuppel? Kann ich von der Kuppel aus gucken? Bitte! Warum nicht? Da, Kamera-Ansicht. Gibt's die auch in Farbe? Hahaha. Ja, war's doch cool. Bin ich voll gut. Gehege auswählen? Aber es gibt dann nur die... Ja, ansonsten musst du es halt so machen, ne? Wann... Hab ich den Stein so weit reingezogen? Wollen wir gar nicht. Hä? Haben doch da voll drauf geachtet, oder bin ich doof? Ah, hier so ein Mini-Stein kann da durchgucken. Ist ja alles hier in der Tour. So. Aber ihr könnt nicht abhauen, ne? Jetzt nö. Gut, 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 gut. Ah, das passt doch. Das ist okay. Warte mal. Steht ihr an? Oder steht ihr da, weil ich noch den Lautsprecher am Boden habe? Das kann auch sein. Oh, liebe Freunde. Die Zeit wird echt zu knapp, ne? Also, wir müssen offscreen ein bisschen arbeiten, aber hey, vielleicht schaffe ich es ja wirklich, die Folge, äh, noch so zu machen, dass wir ja noch eine zweite Folge die Woche haben. Ich gebe mir Mühe. Wenn ich es nicht schaffe, dann verteufelt mich nicht. Aber wir haben ja zumindest schon mal ein bisschen was ange... Ich habe noch nicht mal den Streifen geschafft. Oh! Alter, Falter, ey, sag's doch, ne? Es vergeht einfach zu schnell die Zeit in diesem Spiel. Ist unfassbar. Ich sage, Dankeschön fürs Reinschalten. Dankeschön für eure Unterstützung, ne? Für eure Likes. Für eure Abos. Für eure Liebe. Keine Ahnung, mir fällt gerade nichts anderes ein. Und dann sehen wir uns einfach nächste Folge wieder. Ich sage, bis dahin, haut rein. Euer THS Pictures & Gaming. Ciao. Natürlich schade, das ist das vielleicht nicht jetzt so, ne? Ich hätte ja eigentlich noch so ein schönes... So ein schönes Bild hätte ich dann noch gemacht. Aber... Das Wetter spielt heute nicht mit. Das war das Wetter. Das hat mich heute einfach irritiert. Ja, und wir machen den Preis teurer. Menschenskinder. Oh, jetzt fressen sie, ne? Und das Wetter, scheiße. Jetzt wird's abends... Der pennt direkt am Fressen. Ja, ihr pennt direkt am Fressen! Haben die Schlafmittel da vielleicht reingemacht? Man weiß es nicht. Alter. Hey, guck mal, die ganze Nacht hat's durchgeregnet. Die ganze beschissene Nacht hat's durchgeregnet. Könnt ihr mal abholen mit euren Ballons? Ich wollte ja eigentlich ein Foto machen, ne? Nur mal so. Ich brauche ja irgendwie noch ein Thumbnail. Aber hey! Ist okay. So, ich lasse das laufen. Ihr könnt jetzt abschalten, Leute. Ich warte jetzt nur, bis die Sonne hier kommt. Ich glaube nicht, dass sich jetzt in dem Augenblick noch eine Hyäne hierher verirrt, aber... Sollte sie's tun, bin ich bereit. Oder wenn auf einmal Fleisch hier hängen würde. Oh! Das fährt toll. Ah, scheiße. Da kommen hier schon die Aktivisten wieder. Da will es, was sie schon wieder entdeckt haben. Ach, von hier oben geht's auch, ne? Ja, so ist auch okay. Ich brauche mal ein Tier dort auf dem Stein. Wollen wir uns einfach ins Klauen? Warte, da kommt er. Vielleicht? Ja, so ist gut. Und jetzt alle mal ein Lächeln. Kommt! Ah, die gehen jetzt alle zum Fressen, ne? Ha, scheiße! Scheiße! Da oben fliegt ein Ballon. Ah, guck mal, die macht da gerade das Fressen da dran. Ja, cool. Aber man sieht schon ordentlich was, ne? Wie sieht's denn eigentlich hinter mir aus? Guck mal. Ihr müsst nicht alle hier auf der Stelle hocken, ne? Ja, genau. Da drüben ist so viel Platz. Kann man von überall schauen. So. Schön.